Toxische Beziehungen sind Gift für die Seele. Wie unterscheiden sich solche Beziehungen von gesunden? Was sind die Warnsignale und wie findet man da einen Ausweg raus? Barbara Kalich, Talk um vier. Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen und ich bedanke mich bei meinen Gästen, dass ihr eure Erfahrungen, die ihr in toxischen Beziehungen gemacht habt, auch mit uns teilt. Ich stelle gerne mal meine Runde vor. Nach nur drei Monaten in einer narzisstischen Beziehung fühlte sich Birgit in einer großen Ohnmacht. Durch das massive Ungleichgewicht und die subtilen Abwertungen des Partners hat sie immer mehr ihren Selbstwert verloren. Mario behauptet, er wollte seine Ehe um jeden Preis aufrechterhalten. Doch als ihm klar wurde, dass seine Gesundheit darunter zu leiden begann, hat er sich professionelle Hilfe geholt. Michaela Gosch ist Geschäftsführerin des Vereins Frauenhäuser Steiermark und appelliert, häusliche Gewalt ist niemals eine Privatsache. Man sollte sich immer Hilfe suchen. Das tut man letztendlich auch bei anderen gesundheitlichen Leiden. Anfangs genoss Katrin die Aufmerksamkeit ihres vermeintlichen Traumpartners. Liebesbekundungen, Verlobung, Hochzeit. Alles ging sehr schnell, bis, wie sie sagt, das Märchen zum Albtraum wurde. Wie kann man nach einer toxischen Beziehung wieder vertrauen und eine gesunde Partnerschaft aufbauen? Das wird Johannes erklären. Er kam ebenso aus einer vergifteten Beziehung, als er Katrin in ihrer schwierigen Situation beistand, woraus Liebe wurde. Gerlinde meint, sie fühlt sich von toxischen Menschen angezogen. Ihre letzte harmonische Partnerschaft scheiterte, weil ihr das Feuer fehlte. Warum dieser Thrill zwischen Lust und Leiden sie wie ein Magnet anzieht, wüsste Gerlinde selbst gerne. Expertin heute Nachmittag ist die Psychotherapeutin, Professorin, Doktorin Monika Wokrolli. Und ich möchte dich gerne gleich zu Beginn fragen, was ist eine toxische Beziehung? Du hast schon gesagt, es ist eine vergiftete und vergiftende Beziehung. Zuerst schaut alles super aus möglicherweise und es werden einem alle Wünsche von den Augen abgelesen. Aber dann kommt es ihm zum Bruch. Man nennt es übrigens Lovebombing, wenn jemand überschüttet wird mit Aufmerksamkeit und mit Zuwendungen. Und es geht dann alles sehr verdächtig schnell. Und ein weiteres Kriterium für eine toxische Beziehung, woran man sicher erkennen kann, ist, dass Grenzen missachtet werden. Und zwar Grenzen im Sinne von, dass die Person, die dem toxischen Partner oder der Partnerin ausgesetzt ist, sich aufzuopfern beginnt. Und das gar nicht bemerkt, die eigenen Interessen aufgibt, sich einschränken lässt, vielleicht auch den Kontakt mit ihren Lieben abbricht. Also man beginnt, jemand anderer zu werden, sich irgendwie aufzugeben. Die Grenzen werden missachtet. Man wird kontrolliert, man wird indoktriniert. Und das alles ist ein schleichender Prozess. Und das Schlimme, man liebt diese Person, die einem das antut. Und deswegen gibt man nicht gerne auf. Das sind wahrscheinlich lauter Erfahrungen, die ihr mitunter gemacht habt. Birgit, kommt dir das alles bekannt vor? Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Gott sei Dank ist es schon zehn Jahre her. Aber es war tatsächlich so, man kommt vielleicht aus einer Partnerschaft, die auch schon nicht ganz richtig war oder sich nicht richtig angefühlt hat. Und dann hast du jemanden, der dich vermeintlich auf Händen trägt. Und dann geht es auch sehr schnell. Und ich hatte am Anfang schon das Gefühl, irgendwas ist ja komisch. Also diese Red Flags, von denen man auch spricht. Was sind die Red Flags? Und auch dieses gleich all in zu gehen mit dem anderen, obwohl man den gar nicht so gut kennt, sondern wirklich auch das Gelbe vom Himmel zu versprechen, die Hochzeit zu versprechen, nach dem dritten Date so ungefähr so krass formuliert. Und man will da ewig zusammenbleiben und lass uns gleich zusammenziehen und was weiß ich alles. Aber entschuldige, in dieser Situation, in diesem Moment ist das ja wie in einem Liebesfilm. Das muss ja wahnsinnig schön sein, wenn da jemand kommt, der alles für dich macht und der dich so sehr liebt, dass man sich denkt, wie habe ich das verdient? Das gibt es doch gar nicht. Oder? Genau. Und das war auch tatsächlich so. Wie habe ich das verdient? Das Gefühl hatte ich auf der einen Seite. Auf der anderen, also bei mir war es so, dass ich einen Mann kennengelernt habe. Mit dem hatte ich sieben Monate Honeymoon. Es war nur eine Fernbeziehung. Und es war von einem Tag auf den anderen zu Ende. Und mir hat es echt den Boden gezogen. Und dann habe ich kurz, also ich habe nie eine Erklärung bekommen. Und das ist, glaube ich, für uns Menschen eines der schlimmsten Dinge, so abgewiesen zu werden, obwohl es quasi mit 180 kmh du voll im Liebeshimmel bist und dann quasi die Bruchlandung hast. Hat das so ähnlich, ich komme wieder zurück, bei der Katrin auch, hast du das so ähnlich erlebt? Absolut. Also so wie sie geredet hat, das ist absolut meine Erfahrung. Also bei mir war es gleich. Ich habe eigentlich, war ich am Weg, nachdem mein Papa gestorben ist und ich irgendwie so auf der Selbstfindungsphase war. Und dann war dieser Mensch eben plötzlich da. Und das ist gleich gewesen wie bei dir. Der ist um sieben Uhr vor meiner Arbeit gestanden, mit Frühstück, mit Kaffee. Wenn das jemand für einen macht, dann fühlt man sich sehr besonders und sehr wertgeschätzt. Und das ist dann eben so gegangen, die ganzen Interessen. Also ich bin Sängerin und Gesangslehrerin. Das war, also ich war wie ein Star für ihn. Und das ist dann die ganze Zeit so gegangen. Und wie du aber sagst, relativ schnell mit Verlobung, mit Einziehen, mit Hochzeitsantrag. Und ja, aber wie gesagt, der Fall war dann auch relativ schnell. Wie war das bei dir, Mario? Du bist ja der Liebe wegen sogar in ein anderes Land gezogen. Genau, ich bin nach Bremen gezogen. Und bei uns ging das relativ schnell. Und ich hatte damals die Meinung, dass ich eine Partnerin brauche, um glücklich zu sein. Damals. Und es war halt so, dass ich alles gegeben habe. Relativ schnell. Und es war dann letztendlich so, dass ich immer wieder untergestuft worden bin. Nicht physische Gewalt, sondern eher psychische Gewalt. Kannst du dein Beispiel nennen? Ja, kann ich auf jeden Fall. Es war zum Beispiel so, dass ich in einem Restaurant war. Ich habe meine damalige Frau eingeladen. Und plötzlich hat sie im Gastgarten ganz öffentlich gesprochen und mich wieder herabgesetzt. Also sie hat dich versucht klein zu machen, ein bisschen so zu veräppeln, sich lustig gemacht. Und dann aber wieder gemeint, du wärst der tollste Mann. So ähnlich, ja. So ähnlich war es auch bei der Birgit. Auf und Abwertung in einem Satz. Zum Beispiel, was waren so Abwertungen? Also das Kleid steht dir gut, aber man sieht deinen Bauch. Also so Kleinigkeiten, die du am Anfang, die total unter deinem Bewusstseinsradar durchgehen. Und bei mir ist das dann ausgeartet in die Richtung, ich kann dich nur lieben, wenn du 58 Kilo hast oder 55 Kilo. Und ich sage mal, mit 55 Kilo schaue ich magersüchtig aus. Und er wollte halt eine Frau haben, die sehr knochig ist. Und ja, also man genügt nie. Man ist für alles schuld. Man genügt nie. Man bemüht sich um die Beziehung. Und egal, wie viel du dich bemühst, es funktioniert einfach nicht. Sie werden fast ohne Boden. Aber dazwischen immer wahnsinnige Liebesbekundungen. Weil wenn, also jemand, der zuschaut, müsste sich jetzt denken, naja, wenn das irgendwie immer so ist, dann gehe ich. Aber immer da, wenn man sich vielleicht gedacht hat, da stimmt was nicht, kam ja dann wieder so ein Gefühlszunahme über einen. Nicht zwingend. Also ich weiß es aus meiner Arbeit jetzt, ja, das gibt es und das ist auch üblich. Aber bei mir war es wirklich auch so, dass er das war, dass er zu mir gesagt hat, ich möchte von dir auch mit Worten berührt werden, so wie ich dich berühre. Er ist psychologisch ausgebildet. Und ich konnte dem nicht gerecht werden. Und so hat er mich quasi am Haken gehabt, dass ich halt versucht habe, wirklich auch gerecht zu werden. Und das ging einfach nicht. Es war wie ein Fass ohne Boden. Und ich war halt alleinig verantwortlich für das Gelingen der Beziehung, was aus heutiger Sicht der komplette Blödsinn ist. Aber es war halt wirklich schlimm. Und ich habe mich damals auch gefühlt, wie, 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 also es war dann auch sehr schnell konstante Abwertung. Und ich habe mich echt gefühlt, also vom Gefühl her, wie man gesagt, ich fühle mich wie in einem Boxring, wo du Fleischhunde auf mich loslässt und ich liege schon am Boden und du lässt noch fünf auf mich los. So hat sich das angefühlt. Aber immer Abwertungen, meistens über die Optik. Über die Optik, über das, was ich sage. Es hat gereicht, wenn ich aufs Telefon geschaut habe, weil eine Freundin mir was geschickt hat und ich habe gelächelt. Über das hat er mich schon wieder vor die Tür gesetzt. Das kenne ich auch. Also in meinem Fall war es ähnlich mit diesen Abwertungen. Es gab da ein Foto, wo wir uns kennengelernt haben. Und nach ein paar Monaten hat er gesagt, damals warst du so schön. Das war irgendwie der Inbegriff von dem, was ihm noch gefallen hat. Und dann, wir haben dann auch Kinder gemeinsam bekommen. Und das ist natürlich mit jedem Kind schlimmer geworden. Also mit der körperlichen Veränderung und mit dem, also da gab es dann auch so Dinge, wenn ich mich bemüht habe, wieder zurückzufinden zu dieser Figur. Ja, was machst denn du schon? Du gehst ja nur ins Fitnesscenter oder eben, wie gesagt, immer dieses Foto, was diesen absoluten super Zustand für ihn dargestellt hat. Da hat er mich immer wieder erinnert. Und wieso bist du nicht gleich weggekommen? Was hat dich gehalten? Also bei mir war es so, wie du gesagt hast, es gab relativ früh, also da war unsere erste Tochter neun Monate alt. Also es war circa noch dreieinhalb Jahre. Das war für mich ein Moment, wo ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt bei ihm nicht. Aber ich konnte es eben nicht greifen. Ich konnte es eben nicht erklären. Und so wie du war ich auch so ein eher helfender Typ. Mit dem Zeitpunkt, wo dann die Kinder gekommen sind oder insbesondere das erste, ist er dann eher depressiv geworden. Und ich habe es oft nicht verstanden, weil es hat alles gepasst. Aber es war immer irgendwas falsch und immer nicht in Ordnung. Und warum ich nicht weggekommen bin, war eben genau das. Weil immer, wenn er gemerkt hat, es wird ernst, quasi der, wo man sich festhalten kann, möchte gehen, dann habe ich wiederholtes Lovebombing bekommen. Er möchte Familie, er möchte da bleiben. Er hat jetzt was gelernt, er hat eine Erkenntnis gehabt, war so der Stammspruch, den er mir immer wieder erklärt hat. Und am Anfang natürlich habe ich das noch geglaubt. Also da war ich so naiv und habe ihn ja auch noch geliebt, dass ich mir erhofft habe, dass das wieder besser wird. Und dadurch, dass er immer so einsichtig mir oder halt gesagt hat, dass er einsichtig wäre, habe ich das natürlich auch positiv angenommen und habe gedacht, ja, es wird sich ändern. Er wird sich noch entwickeln oder anders zur Familie stehen, anders wieder zu mir stehen auch. Und habe das halt meinem Bild geglaubt. Und wenn irgendwas Negatives war, hat man Erklärungen gefunden. Genau, ich habe erklärt, ich habe entschuldigt. Ich habe vieles versucht zu verstehen, bevor ich gesagt habe, so stopp und jetzt ist genug. Und dich dabei ein bisschen selbst vergessen. Absolut, komplett. Wie war denn das beim Johannes? Also meine Geschichte ist ein bisschen anders. Und zwar hat sich meine Mutter sehr früh schon das Leben genommen. Also da war ich gerade 23. Und mein Wunsch war einfach eine heile Familie danach. Also die Kindheit war normal, aber da war irgendwo dieser Bruch. Und ja, da ist sie, also meine Ex-Frau, in mein Leben gekommen. Und ich habe halt die Zeichen nicht gesehen, also dass ich einfach alles mache, um gefällig zu sein. Also sprich, mich zurückgenommen. Das ist ähnlich wie bei dir. Wir haben einfach zurückgenommen, meine Dinge so weit zurückgeschraubt, dass sie dem gerecht wird, was die Familie braucht. Und bis zu einem gewissen Grad sagt man ja, ist es okay. Also jeder soll ja das einbringen, was zum Einbringen ist. Aber wenn es dann eben dorthin geht, wo man seine eigenen Gefühle dann zeigen soll, wo man seine eigenen Interessen ein bisschen wahren soll oder wahren soll eigentlich, Grenzen aufzeigen soll. Da war ich sehr schwach, also das richtig zu zeigen. Und das ist dann ausgeartet in einer Depression. Also sprich, wo es dann wirklich so war, man zieht sich komplett zurück, macht dann einfach die falschen Dinge. Und dadurch wird es dann einfach in der Partnerschaft auch schlimmer. War auch Gewalt im Spiel? Gewalt war bei mir am Ende im Spiel. Also psychische Gewalt oder verbale Gewalt in dem Sinn war der Zwischen immer wieder. Also was man in einer normalen Partnerschaft wahrscheinlich kennt, auch dieses Schlagabtausch. Physikalische oder physische Gewalt war zum Schluss im Spiel. Und als Mann ist es halt eher schwierig darüber zu reden, weil man haltet es aus. Also in dem Sinn, man hat keine Verletzungen oder weniger. Man haltet es aus, aber... Das heißt, sie war gewalttätig? Ja, zum Schluss dann, ja. Weil du gesagt hast, Zeichen. Du hast die Zeichen nicht gesehen. Das Interessante war ja bei mir, dass ich die Zeichen ja gesehen habe. Das hat schon am Beginn bei den Hochzeitsvorbereitungen, hat das schon begonnen, ja. Also ich habe die Zeichen gesehen, ich habe sie aber ignoriert mit Absicht. Das würde ich heute niemals mehr tun. Und dann war es so, dass am Beginn das sehr schön alles war. Wow, Honeymoon. Ey. Und dann ging es immer mehr und mehr. Und bei mir, weil du das sagtest, ging es sogar so weit, dass ich sogar davor war, mir das Leben zu nehmen. Und da muss ich jetzt kurz schon mal, bevor ich zu Gerlinde komme, unsere Expertin heute fragen. Woran merkt man, da biegt man jetzt falsch ab? Also toxisch ist es auf alle Fälle dann, wenn man anfängt zu leiden. Also wenn ein Leidensdruck da ist, wenn man das merkt schon, dass man sich nicht mehr getraut, das zu sagen, was man eigentlich denkt. Wenn man sich nicht mehr getraut, Kritik zu üben, weil man schon davon ausgeht, wenn ich das jetzt anspreche, wird der Partner mit psychischer Gewalt oder gar physischer Gewalt, beides ist gleichwertig, gleich schlimm übrigens, reagieren, wenn man schon mit fremden Menschen besser sprechen kann als mit dem eigenen Partner, weil es wie auf einem Minenfeld ist. Das sind dann eindeutige Zeichen, dass man sich Hilfe holen soll, möglichst mit einer neutralen Person in einer Beratungsstelle oder einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin drüber sprechen und sich Ratschläge holen, was man tun kann oder auch in ein Gewaltschutzzentrum gehen auf alle Fälle. Gewalt ist jetzt auch ein Stichwort für Gerlinde. Du hast das ja erlebt, was viele Frauen, auch Männer erleben, aber man weiß von der Statistik her, sind mehr Frauen. Die Dunkelziffer ist auch sehr hoch. Das berühmte, ich bin gegen die Tür gelaufen. Was genau ist dir? Genau solche Sachen. Du findest immer Ausreden für Verletzungen, weil ich habe nie jemanden angezeigt und schon gar nicht die große Liebe. Bei mir war es auch immer so auf und ab. Ist was passiert, war es dann das Schönste, die schönsten Urlaube und Liebesbekundungen. Ich habe mir da selber auch immer ein bisschen rückgezogen und mit keinem geredet. Und das mit mir selber irgendwie ausgemacht. Das kenne ich ja gut. Ich wollte die Familie nicht irgendwie. Sie haben es ja gemerkt, wenn irgendwas ist. Wenn du überschminkt bist, dann bist du bocciert. Und ich habe es eigentlich nie irgendwie, ich meine, dass ich nicht schwer wäre, ich hätte das erste Mal drüber. Wie hast du ihn denn kennengelernt? Wie war der Anfang der Beziehung? Wunderschön. Aber auch so typisch. Schnell geheiratet. Wie schnell? Binnen drei Monaten geheiratet. Verlobung geheiratet. Es war wunderschön wie im Flug. Schon alles geplant fürs Nestl bauen. Beim Boltern wiederum ist mir es komisch vorkommen. Weil wir in der Steiermark haben wir einen Brauch. Da gehen die Frauen boltern, die Männer gehen boltern. Und ich habe mir gedacht, die Mädels und mein zukünftiger Mann. Und dann treffen wir uns nach drei Stunden. Eine Katastrophe. Er wollte nicht boltern, er wollte nicht boltern. Und ich habe das immer so mit Eifersucht. Er liebt mich so, er ist eifersüchtig. Mir wird das vieles erst jetzt bewusst. So gewisse Sachen werden eigentlich da jetzt aufgearbeitet, wo ich mir denke, das war für mich Feuer, Flamme, Leidenschaft. Das, was du gerade so erzählst, und jeder kann sich schon ein bisschen so ausspinnen, wie es dann weiterkommt, das sind Geschichten, Lebensgeschichten, die du, liebe Michaela Gosch, oft wahrscheinlich zu hören bekommst, oder? Ja, eigentlich muss ich sagen, kriege ich alle diese, oder kriegen wir alle diese Geschichten, die ich da gerade gehört habe, auf unterschiedlicher Ebene zu hören. Das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ist das Eindeutigste, also wo sozusagen diese, auch die wissenschaftlichen Erklärungen, die es ja auch gibt für Gewaltbeziehungen, die es auch gibt für toxische Beziehungen, die so schön da abgebildet werden, diese Gewaltspirale, die sich dreht, dieses, und was wirklich so ganz unisono alle gesagt haben, ist, am Anfang war ich sehr verliebt. Und das ist der Satz, den meine Kollegen in Wien, meine Kolleginnen in Wien bei einer Ausstellung gebraucht haben, die vor drei Jahren, die 40 Jahre Frauenhäuser Wien Ausstellung, die hat heißen, am Anfang war ich sehr verliebt. Und wenn man auch unsere Fallgeschichten durchliest, also wenn ich mir die Dokumentation anschaue, am Anfang war ich sehr verliebt. Das heißt, jede Beziehung, egal ob es eine toxische Beziehung ist, oder auch eine Gewaltbeziehung, fängt mit Verliebtheit an, klarerweise. Aber sonst würde ich mich ja nicht darauf einlassen. Also wenn ich lernen, jemanden kennen, der ist gewalttätig, gehe ich. Also niemand ist so, also ganz selten gibt es das, dass man dann trotzdem bleibt. Aber am Anfang ist man verliebt, es entsteht Bindung, es entsteht Beziehung. Es entsteht auch karmische Beziehungen. Und wir sagen ja, wir haben uns endlich gefunden und troffen. Genau. Und das ist das, wo ich mir denke, und da kommt man noch nicht drauf, dass da was nicht passen könnte. Das, was die Frau Dr. Wogrolli gesagt hat, ist, wann fängt man an oder wann muss man oder wann sollte man sich Hilfe holen, ist das, was ich auch immer sage, in dem Moment, wo ich Angst habe, also wo ich das erste Mal echte Angst habe, was zu sagen. Und zwar nicht dieses Unangenehme, das wir alle können, jetzt muss ich das sagen, will ich eigentlich nicht, war sie schon, mag er nicht so gern oder mag die Partnerin nicht so gern. Aber wo ich das Gefühl habe, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich eigentlich nicht weiß, wie die Reaktion ist. Oder ich werde es jetzt nicht sagen. Spätestens dann sollte man einmal Hilfe holen. Das ist schon früh schon. Ja, spätestens dann. Aber das gilt auch für, weiß ich nicht, Vater, Tochter, Freundin, Beste, wurscht. Also wenn man das Gefühl hat, das geht jetzt nicht, dann ist irgendwas schon, dann ist schon vergiftet. Und dann sollte man einfach Hilfe holen. Und das, was mich jetzt aber interessieren würde, was du gesagt hast, du hast dann später, als es Gewalt geworden ist, also als es sozusagen physische Gewalt geworden ist, Gewalt war es vorher auch schon, hat niemand dich darauf angesprochen, also das heißt, jeder hat diese blauen Flecke gesehen, hat nie jemand gesagt, hallo, ich habe das Gefühl, da passt was nicht, hol dir Hilfe. Ja, ich habe mich auch so in mir irgendwie zurückgezogen. Sie dachten, ich habe eine Schönheits-Ap mit der Nase, ich habe die Kinder nicht besuchen kommen lassen, weil es war auch von der Nassenbeinbruch. Ich glaube aber nicht, dass niemand sich dabei was gedacht hat. Also wenn man einmal einen blauen Fleck hat, gut, aber wenn man immer wieder... Ich habe schon so Blicke gemerkt, oder ganz eine enge Bezugsperson hat gesagt, komisch, bei dem verletzt immer wer einen Fuß, was du so ein bisschen an Schubser... Aber es hat niemand dich direkt darauf angesprochen. Ich habe mich auch komplett zurückgezogen. Ich bin gerade dabei, das zu verarbeiten und zu verstehen. Deswegen höre ich euch jetzt auch so aufmerksam zu. Weil du gesagt hast, vertrauensvolle Person, ja? Und die Frage auch so gestellt worden bin. Also wir haben ja schon bei mir festgestellt, ich habe dann professionelle Hilfe, nämlich dann auch in Anspruch genommen, bei einer Psychotherapeutin in Deutschland. Und da wird ja vieles natürlich aufgearbeitet, ist ja ganz klar. Und erst dann erkennt man das. Und wie kam es dann dazu, dass ich solche Schritte gemacht habe, um das überhaupt zu erkennen, nach Jahren? Bei mir auch, das ist erst so hinterher so... Man sieht ja auch, wenn die Beziehung, bei mir die Scheidung, wenn das dann vorbei ist, ich habe immer die schönen Sachen irgendwie... Gesehen. Gesehen. Das war ein Wahnsinn, was ich noch nie erlebt habe. Aber das ist ja... Ein paar Ausrutscher, ein paar halt... Genau, aber das Gemeine ist ja tatsächlich, dass die ja nicht mit offenen Karten spielen. Das heißt, dieses Bild, was dir gezeichnet wird, entspricht ja absolut nicht der Realität. Aber jetzt ist ja das Interessante bei der Gelinde, das hast du einmal erlebt. Und dann hast du es aber wieder erlebt, nicht? Er ist fremdgegangen, ganz einfach. Ein Weiberer. So wie meine. Ja, Weiberer, Barbara. Und sobald es jetzt war, dass ich mit zusammenpackt habe und gehen wollte, ja was war da alles und hin und her. Das war dann eigentlich... Nach dem zweiten Kind waren wir eigentlich quasi getrennt. Er ist dann in eine eigene Wohnung gezogen und ist dann nach zwei Stunden geläutert zurückgekommen. Er will Familie, er wird sich jetzt ändern, jetzt wird alles besser. Und mein Problem war, dass ich ihn immer noch mögen habe. Bei mir war es schon Jahre dann. Also jetzt bei der Beziehung, nicht bei meinem Ex-Mann zuvor, das war dann Jahre. Das sind schon, wo ich mir gedacht habe, vielleicht hat er da ein Bandschal oder ein Hin und Her. Ja, und dann fängt er aber auch an und das verstehe ich nicht. Alles zerrissen, in den Fuß drauf gehupft, aber da war eine Feier, er hat eine Schluckerle getrunken. Ich suche ihm eine Ausrede, ich verstehe das nicht. Aber jetzt sind gerade zwei ganz interessante Sachen gefahren. Zum einen du, die die Ausreden suchst, für ihn zum anderen, hat jetzt Katrin was ganz Entscheidendes gesagt, obwohl er dich betrogen hat, ausgezogen ist und du gewusst hast, du hast ihn immer noch geliebt oder gewollt. Das ist ja auch das, was mich ja eh da oft hört. Aber das sind ja Liebesbeziehungen. Also ich kann nur aus unserer Erfahrung sagen, die Frauen, viele Frauen, die zu uns kommen, die kommen ja nicht zu uns und sagen, ich möchte aus der Beziehung aussteigen. Die kommen zu uns und hätten gerne einen reparierten Mann zurück. Die wollen nicht die Beziehung an sich beenden. Die hätten nur gerne, dass diese Gewalt aufhört, egal ob psychisch oder physisch. Und so einfach ist das halt nicht. Weil das alles, was ihr da jetzt erzählt habt, das sind Dynamiken. Da gibt es eine Gewaltspirale. Also wenn man jetzt schon im Bereich der Gewalt bleibt, die dreht sich einfach. Und da gibt es einfach immer wieder die gleichen Sequenzen. Und wenn da niemand von außen eingreift in das System, wird es schwierig, das zu durchbrechen. Und das ist all das. Das ist diese Liebe am Anfang. Dann baut sich die Spannung auf. Dann kommt es zu einer Gewalteskalation. Dann kommt die Rückzugsphase, von der du erzählt hast. Man zieht sich zurück. Man überlegt, man möchte einfach irgendwie mal schauen, wie man selbst damit zurechtkommt. Das ist generell ein menschliches Phänomen, dass wir, wenn es um Psyche geht, immer glauben, das müssen wir selber machen. Also ich gehe, keine Ahnung, mit einem gebrochenen Bein zum Arzt. Wenn ich Husten habe und den Verdacht, ich könnte Corona haben, gehe ich zum Arzt oder zur Ärztin. Aber wenn es um die Psyche geht, dann hat jeder von uns das Gefühl, ach, das schaffen wir doch alleine. Aber das ist auch noch die Rückmeldung von außen. Man wird ja immer noch blöd angeschaut, wenn man sagt, man geht zur Psychologin oder man geht zur Psychotherapie mit einer Selbstverständlichkeit. Das hat keine Selbstverständlichkeit. Aber das muss es haben. Aber das Gemeinde ist doch, dass du in dieser toxischen Beziehung ständig hörst, dass du schuld bist. Und wenn ich schuld bin, dann, naja, okay, wenn ich jetzt dort hingehe und sage, da passt was nicht, dann bin ja ich schuld. Das tut sich ja keiner an. In dieser Phase, sage ich jetzt, wenn du in dieser Situation und in dieser Beziehung bist, und du sagst, ich bin, also du kriegst das ja ständig, entweder unterschwellig oder so wie bei dir in physischer Form. Du bist jetzt schuld. Das hat nicht geklappt. Und so wie es bei mir war, ich habe mein Ehegelübde sehr ernst genommen. Ich wollte es wirklich durchziehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Nur hat mir keiner vorher gesagt, dass eine schlechte Zeit keine toxische Beziehung ist. Weil hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich anders verhalten. Aber wenn du dann drinnen bist, ist eh klar. Also wenn du in diesen Dynamiken steckst oder wenn man in dieser toxischen Beziehung steckt, wo die Abwertung schon basiert ist, die zielt ja dann. Also da muss man sagen, wenn so jemand das ausnutzt, der macht das ja gezielt. Der werte dich ab. Je weniger Selbstwertgefühl du hast, desto weniger traust du dich, nach außen zu gehen. Und das ist eine Spirale, die dreht sich nach unten. Ich rede ja von psychischer Gesundheit, das muss ja viel früher anfangen. Ich finde, eigentlich müsste man das im Kindergarten. Es muss psychische Gesundheit so selbstverständlich werden, wie der Mutter-Kind-Pass. Von Mutter-Kind-Pass screene ich Babys ab der Entstehung. Davon wird jede Zelle überprüft. Ja, das ist jetzt aber gerade ein sehr interessantes Thema. Deswegen möchte ich dich, liebe Monika Wugrolli, nochmal fragen. Also wenn man sozusagen drinnen steckt in dieser toxischen Beziehung, man merkt, es wird einem wehgetan, betrogen, belogen, man vertraut niemand mehr. Und trotzdem sagt man, ich liebe diesen Menschen noch. Wie kann man, wie kommt man da raus? Kann man nicht einfach wegknipsen. Genau. Und es ist ja auch Bindung da. Und vor allem, wenn man die ganze Zeit gespiegelt kriegt, dass man schuld ist an irgendwas, dass man irgendwas falsch macht. Das ist auch ein Hinweis für eine toxische Beziehung, dass man nicht auf Augenhöhe ist mit dem Partner, sondern wie ein kleines Kind eigentlich gemaßregelt wird. So natürlich ist man dann total beschämt, will gar nicht nach außen gehen und getraut sich nicht, sich selbst ernst zu nehmen. Das nennt man übrigens Gaslighting, diese Methode von narzisstischen Menschen, einem sozusagen, einem vom Pferd zu erzählen und man glaubt dann, okay, das, was ich empfinde, ist ja völliger Blödsinn. Ich muss mich bloß ändern und alles ist wieder eitel worden. Das ist diese Verwirrtaktik. In der Situation, wo die Katrin war, wo sie gesagt hat, der hat mir wehgetan, mich betrogen, mich verletzt und ich habe ihn immer noch geliebt. Was hätte sie da machen können? Also wenn sie jetzt jemand zum Beispiel zu Hause in einer ähnlichen Situation ist, was macht man akut gleich? In dem Fall ist es ganz wichtig, nicht zu verstummen, nicht zu verstummen, sondern, und sich eben nicht zurückzuziehen, sondern mit jemand anderem den Realitätscheck zu machen, sprich mit einer guten Freundin zu reden und wenn die dann sagt, hey, du, das ist längst nicht mehr im grünen Bereich, dann nimmt man sich vielleicht wieder ernst. Bleibt nur beim eigenen Saft schmoren, ist diese Hoffnung erloschen. Aber das ist ja genau das, was die Gerlinde gern gemacht hat, aber nicht mehr gemacht hat. Du hast dich ja zurückgezogen. Die Kinder, die Ängste, die Ängsten wollte ich eben nicht belasten. Und wäre jetzt an eine Freundin gegangen, bei mir war das Handy, ja, was wird das Handy und schau aufs Handy. Ja, jeder sagt, ja, warum gehst du nicht drinnen, lass dich scheinen, da kriegst du ja noch einmal eine drüber und noch einmal eine drüber. Warum gehst du nicht? Das ist für mich auch, wo ich dann gewisse Sachen einfach nicht geredet habe. Und ist es auch oft so, dass man zum Beispiel, dass oft sind Freundinnen, die sagen ja dann, die geben dann gute Tipps und die geben es noch einmal und noch einmal und irgendwann denken sie sich so, eh kann es ihn mehr, weil sie geht ja nicht weg von ihm. Ich war Freundinnen auch eifersüchtig. Also ich habe die Freundinnen auch gemähen. Ich sage, die Familie war okay, aber Freundinnen, da war er ja auch eifersüchtig. Konstant das eigene Licht nehmen, das muss man auch sagen. Man lässt es zwar auch zu, zu einem gewissen Grad, aber es ist doch, wenn ich heimgekommen bin, vom Unterrichten, war das, ich war voller Euphorie und so, er hatte drei, vier Sätze und meine ganze Freude war dahin. Natürlich habe ich mir sie nehmen lassen und natürlich, es hat ja einen Grund, warum wir das erlebt haben. Es ist familiensystemisch einfach, es gibt ein Schuldschamthema, das bei uns gelagert ist und wenn man daran arbeitet und das ist auch nicht etwas, was von heute auf morgen geht, dann wird es einfach anders und dann kann ich auch eine liebevolle Partnerschaft leben. War es bei dir ein Familienmitglied, Freunde, die bemerkt hätten, dass da irgendwie... Mein Papa, mein Papa hat damals zu mir gesagt, Birgit, du warst dein Leben lang so eine Frohnatur und so ein Strahlewesen und wenn du bei dem bleibst, der bringt dich ins Grab. Das war aber schon sehr bald und sehr früh der Fall, dass mein Vater das gesagt hat, auch das Gemüt von meinem Vater und das konnte ich zu dem Zeitpunkt doch nicht nehmen, weil du da noch so im Bemühen bist und ich sage immer, diese Menschen sind in irgendeiner Form herzbehindert. Der schaut aus wie wie ein normaler Mensch, aber er fühlt nicht so wie du und du bemühst dich und denkst, warum ist das jetzt so, warum ist dieses heiß und kalt, warum reagiert der so komisch und es ist aber so, dass es, ja, die sind in irgendeiner Weise herzbehindert, man versucht das im Bad, da irgendwie was gut zu machen und die kriegen, also es geht nicht, weil du quasi ein Energielieferant bist für diese Person, darum halten es die Menschen auch nicht lang aus, sondern die suchen sich ja auch in Wahrheit keine schwachen Opfer, sondern die suchen sich energetisch hochschwingende Menschen, wo man auch mal ordentlich Energie ziehen kann. Darum schauen Menschen auch, also bei mir war es auch so, du schaust, wenn du die Partnerschaft hinter dir hast, schaust fünf Jahre jünger aus, in Wahrheit, wenn du dich erholt hast. Weil du sagst, herzbehindert, im Grunde ein Narzisst, also man sagt das aus der Psychologie, die imitieren ja eigentlich nur, wie es ausschauen soll, also wie die Emotion Liebe ausschauen soll und wie es funktionieren soll und dadurch kriegen sie die ja meistens auch. Aber sie fühlen es nicht. Sie fühlen es nicht, ja. Aber man muss auch fairerweise sagen, sie kriegen es auch für sich selbst nicht mit, nicht nur, dass sie es nicht fühlen, sondern ihre Wahrheit ist die einzig wahre Wahrheit. Und meistens ist es ja auch so, dass so toxische Menschen oder auch Narzissten, ich hatte einen pathologischen Narzissten an der Seite, dass die auch sehr charismatisch sind nach außen. und da die Freundin sagt, was kosten, der ist ja eh super. Aber du denkst dir dann auf der anderen Seite, wenn ihr wüsstet, was da daheim los ist. Ja, die haben zwar gesicht da mal mindestens. Genau der Gedanke, wenn ihr wüsstet, was... Also er hatte zwei Masken sozusagen. Ein Aufmerberer. Ein Schamanz. Natürlich. Na, 100 Prozent, das kann ich auch sagen. Das kann ich auch sagen. Oft gedacht, wenn ihr wüsstet. Genau. Das war jetzt das Stichwort. Und bei mir war es so, dass ich am Anfang ja natürlich diese Zeichen gesehen habe. Aber ich wollte sie ja vertuschen. Du wolltest sie nicht sehen. Du wolltest sie selber haben. Genau, richtig. Hast dich selber angelogen. Das war ein Schauspiel bei mir. Also ich habe Schauspielert. Alles ist in Ordnung. Und in Wirklichkeit habe ich sehr, sehr darunter gelitten. Und erst dann, weil wir das bei manchen Kommentaren schon gehört haben, erst dann, als ich mich anvertraut habe einer sehr guten Freundin, einer Arbeitskollegin, mit der wir uns sehr gut emotionell ausgetauscht haben, erst dann habe ich Kräfte gesammelt und begonnen, Selbstreflexion durchzuführen. Das habe ich mir bei dir gedacht, als die Monika gemeint hat, na ja, also man soll sich einer Freundin, einem Freund anvertrauen. Und du warst ja nicht in deinem gewohnten Umfeld. Da ist man ja sozusagen allein. Da kriegt man dann schon Freunde und Arbeitskolleginnen. Aber da fehlt man ja vielleicht jetzt gar nicht so schnell jemanden, mit dem man darüber reden kann. Wir hatten ja gemeinsame Freunde. So ist es ja nicht. Und wir alle hatten gemeinsame Freunde. Ja, aber die gemeinsame... Und dort wird das ja noch gar nicht klar sichtbar. Warum? Weil so ein narzisstischer Mensch natürlich die Emotionalität des Partners, die Liebe, ausnutzt. Und das wird dann manipuliert und ständig manipuliert. Eben, weil du jetzt ansprichst, gemeinsame Freunde, das haben wir auch gehabt. Und das ist darin geendet, dass diese gemeinsamen Freunde jetzt seine Freunde sind und mir dann quasi den schwarzen Beet dazugeschoben haben, wie ich die Familie verlassen konnte, wie ich den Kindern wirklich ihre quasi Lebensgrundlage nehmen konnte, weil ich dann gegangen bin. Und Auslöser war für mich lustigerweise dieselbe Freundin, die mir damals einen Link geschickt hat, wo eben drin vorkam, Narzissten, wie ticken die? Das gibt es gar nicht. Also ich habe es gar nicht gewusst, dass es das gibt und habe mich dann wirklich eingelesen und eingehört und mir sind die Augen aufgegangen. Also plötzlich habe ich mich da wiedergefunden unter vielen Menschen, die alle dasselbe berichten, alle dieses Love-Bombing, dieses Überschüttetwerden, dieses eben ein bisschen kontrollieren, einsperren und dann haben wir gehört, ich bin nicht falsch. Michaela, plötzlich gibt es das in meiner Welt. Ich denke mal, es ist einfach auch total schwer zu unterscheiden, weil auch erstens einmal in Österreich ist oder bei uns ist es so, dass Beziehungen sind was Privates. Privates, da schaut man nicht rein, das müssen sich die zwei selber ausmachen und da kriegt man ja von außen schon suggeriert, macht euch das bitte selber aus. Wenn Kinder kommen, Familie ist heilig, da mischt man sich nicht ein, der Erziehungsstil, das müssen die sich alles selber ausmachen und das, was vorher auch gekommen ist, dass man das bereitwillig, also dass man nichts sagt, wenn man dann Vorwürfe kriegt und sagt, du bist schuld und du hältst ja nur und wenn du das nicht machen würdest, dann würde ja ich nicht so und du bräuchtest ja nur ein bisschen. Das ist die eine Ebene, weil man schon vom Selbstwert her so weit unten ist, aber die zweite Ebene ist, dass das natürlich auch suggeriert, dass man Kontrolle hat. Also wenn mir mein Partner sagt, wenn du nicht so wärst, du müsstest ja nur, keine Ahnung, vielleicht dich anders anziehen oder nicht mit der Freundin weggehen, dann wäre ich ja auch anders. Das nehmen dann, das wissen wir, das nehmen dann Frauen leider sehr oft an, weil sie das Gefühl haben, ich kann das steuern. Also wenn der zu mir sagt, brauchst du nur das anders machen, dann mache ich das anders und dann verändert sich die Situation. Dass das natürlich Humbug ist, aber dann kommt halt was Neues, anderes, was nicht passt. Das ist einfach aus dieser Dynamik heraus. Und all das, da gibt es eben, wie gesagt, Dynamiken. Und wir haben viele Frauen leider, die nicht nur einmal kommen, sondern die einmal, zweimal, dreimal, viermal kommen. Wir haben vom gleichen Partner, von unterschiedlichen Partnern, da stecken einfach Dynamiken dahinter. Da steckt auch, wir wissen, dass wenn man in einer Gewaltbeziehung, also wenn man sozusagen auch, wenn die Eltern in einer sehr toxischen Beziehung, in einer Gewaltbeziehung leben, dass Kinder aus diesen Beziehungen ein sehr viel höheres Risiko erwerben, selbst in so einer Beziehung zu landen, und zwar auf beiden Seiten, auf Täterseite und auf Opferseite. Das heißt, da gibt es ganz viele Dynamiken, die wirken so stark, dass man dieses Ich-schaff-das-selber gar nicht schaffen kann. Das ist jetzt ganz interessant. Dankeschön, meine Gerlinde. Du hast ja immer wieder einen ähnlichen Typus von Mann quasi angezogen. Eben diese Männer, die toxisch waren, die Narzissten waren, die dir alles versprochen haben, die dich auf Händen getragen haben. Und dann kam dieses, was wir schon gehört haben, isolieren, manipulieren, ja, runtermachen, Selbstwert nehmen. Ja, keinen Ausschnitt. Ich sage, ich sollte mit dem Joker arbeiten gehen, aber komischerweise zu Hause mich schick machen. Wenn wir weg waren, zu zweit, habe ich ausgeschaut, wie eine Prinzessin, wie eine Madonna. Aber weh, ich bin zur Arbeit gegangen, ja, nicht einen Ausschnitt, im Sommer mit langen Leiberl, mit langen Hosen. Jetzt ist es aber so, Gerlinde, dann hättest du einen Mann gefunden, der ganz lieb war, der anders war, als diese anderen, aber den wolltest du nicht, der war dir? Ich konnte ihn nicht lieben. Es war alles zu ruhig, zu... Fahrt. Einödig, ganz ein lieber, braver Mann. Ich bin es, glaube ich, nicht anders gewohnt. Ich brauche nicht das Feuerwerk, aber ein bisschen Flamme, glaube ich, brauche ich. Und das ist interessant, weil es sind ja, wie Michaela sagt, ja oft die Frauen, immer wieder kommen sie aus solchen Beziehungen. Jetzt haben wir hier eine sitzen, die Gerlinde, die das genauso erlebt, die wird Professorin von Grolli. Warum ist das so? Warum braucht sie sozusagen das Drama beziehungsweise diese Toxic in ihren Beziehungen? Da habe ich mich in all meinen Büchern damit beschäftigt, warum man diese Beziehungsmuster, diese toxischen Muster immer wieder wiederholt. Und das ist wirklich, so wie der Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, vom Wiederholungszwang gesprochen hat, wirklich fast ein zwanghaftes Wiederholen, wie eine innere Programmierung, dass man immer diese Geborgenheit im Schlechten sucht. Es wird oft mit Stärke, mit Dominanz, mit Mut, mit allen möglichen, meistens maskulinen Attributen wird das verwechseln. Also in dem Moment kann ich sie auch kontrollieren. Weil wenn ich weiß, das ist die schlechte Situation, Das hat dann auch was Faszinierendes, fast ein Masochismus ist dahinter. Was kann man tun dagegen? Wie kann man sich da anders programmieren? Also was kann jetzt geliehen denn tun, damit sie endlich an einen Mann kommt, der sie respektvoll behandelt und trotzdem die Leidenschaft in ihr weckt? Und dass man das auch selber aushält, wenn man gut behandelt wird. Das ist ja der Punkt. Ja, die Michaela hat ja schon einen Appell gerichtet, nämlich, dass man auch in psychologischen und psychischen Angelegenheiten sich verdammt nochmal ernst nehmen sollte. Und nicht nur, wenn man einen Beinbruch hat, zum Orthopäden gehen, sondern auch, wenn ein seelischer Beinbruch da ist. Die Birgit hat das auch mit Hilfe geschafft? Oder allein? Weil du hast doch fast eineinhalb Jahre, glaube ich, gebraucht, um dein Herz wieder zu kitten, um wieder vertrauen zu können. Genau. Also ich muss sagen, dass diese Beziehung, so schlimm sie war, der Game Changer in meinem Leben war, ich meine Berufung finden durfte und heute in einer Traumbeziehung lebe. Wir heiraten nächstes Jahr. Wie hast du das gemacht? It was a hell of a ride. Also es ist wirklich so, dass ich damals, ich hatte ein Schlüsselerlebnis und ich wurde ungewollt schwanger von ihm. Und das ist wirklich, das war Fügung des Schicksals, glaube ich, weil mein Eisprung hatte sich sozusagen eine Woche verschoben und ich konnte es mir nicht anders erklären. Also es war einfach irgendwie spooky. Und das war kurz vor meinem 40. Geburtstag. Und ich habe aber dann entschieden, weil ich so ohnmächtig war, auch in dem Moment nicht wusste, aufgrund der toxischen Beziehung sind alle Lebensbereiche schon gebröckelt. Also ich habe mich auch mit Schulden wiedergefunden. Meine Firma hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Gesundheitlich war ich angeschlagen. Also ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. Und ich habe gesagt, okay, dann muss ich jetzt diese Lebensentscheidung treffen und wahrscheinlich auch dann auch keine eigenen Kinder bekommen. Und dann war dieser Tag da, wo ich diese Tablette halt genommen habe und da wollte ich nicht alleine sein. Und bin dann aber da noch mal zu ihm, weil meine Mama ist sehr christlich. Das wäre gar nicht gegangen, mich dort auch anzuvertrauen. Ich habe immer noch Freundin anvertraut. Aber dennoch wollte ich dann noch in irgendeiner Form bei ihm sein, obwohl es eh schon wieder vorbei war. On-Off, klassisch. Und dann war es aber so, dass ich dort heulend mit Unterleibsschmerzen, mit allen möglichen Dingen gelegen bin in dem Bett. Und er hat sich vor das Bett gestellt und gesagt, bist du heute überhaupt nicht authentisch und echt? Und bist du überhaupt nicht bei dir? Lieben kann ich sowieso nur, wenn du 55 Kilo hast, Zellulite hast du auch gekriegt. Hat sich neben mir ins Bett gelegt, hat sich umgedreht, mich nicht in den Arm genommen und hat das Licht abgedreht. Und dann bin ich für mich innerlich aufgestanden und habe mir gedacht, nie wieder, nie wieder geht ein Mensch so mit mir um. Ich will wissen, warum mir das passiert. Ich will wissen, warum. Und dann habe ich angefangen, Ausbildung um Ausbildung um Ausbildung zu machen. Und darf heute auch Menschen begleiten aus diesem Wahnsinn heraus. Und habe an mir selbst ein Schulcharme-Thema. Ich war in der Schule schon die, die gemobbt wurde, weil ich viel gelernt habe, weil ich gute Noten hatte. Mir ist in der Arbeit das passiert, dass mir jemand, weil ich seinen Job bekommen habe, die Autoreifen angeschlitzt hat. Es sind ganz viele Dinge in meinem Leben passiert, wo ich immer wieder quasi, obwohl ich eigentlich so die Frohnatur war, zum Opfer gemacht wurde. Und dort war ein Thema, das da heißt, Schuldscham. Ich wurde schon als Kind rot, wenn man mich angesprochen hat. Und ich habe mich meiner selbst geschämt. Und das durfte ich lösen. Und da braucht man jemanden, der beste Gehirngeur kann sich nicht selber im Schädel operieren. Muss man so sagen. Und dann war ich auch bereit. Ich habe mir dann in meiner tiefsten und dunkelsten Stunde immer meinen Traummann aufgeschrieben. Und drei Jahre später wurde er dann geliefert. Wunderschön. Du, Kathrin, wie lange trägt man diese Erfahrungen mit sich herum? Also wie lange braucht man, um wieder zu vertrauen? Also, wir sind jetzt das verflixte siebente Jahr zusammen. Und wir haben fünf Jahre wirklich gekämpft um uns und um diese Beziehung. Weil von außen, auch wenn es diese Stimmen waren, von den Ex-Partnern immer noch hineingestreut haben. Und weil, so wie du sagst, Schuldscham-Thema, logisch, haben wir beide gehabt. Bei ihm ist es schon viel besser geworden. Aber immer noch, dass, wenn ich etwas sage, dass wir eigentlich versuchen zu kommunizieren. Und dann heißt es, bin ich wieder an allem schuld. Also das ist nach wie vor, an dem arbeiten wir wirklich hart an uns und miteinander. Und wir helfen uns gegenseitig. Spannend ist einfach unsere Geschichte, weil wir zu uns so ähnlich sind. Fast im selben Jahr die Eltern verloren haben. Dann fast sehr ähnliche Partner gefunden haben. Und wir einfach da, ja, also das tragt man extrem lang nach. Aber es geht, glaube ich, nur so, wie du sagst, dass man sich wirklich auch mit seinem Thema auseinandersetzt. Weil in einer toxischen Beziehung gibt es einen, der ausnützt und einen, der sich ausnutzen lässt. Und dann muss ich den Mechanismen auf die Spur kommen. Warum lasse ich mich ausnutzen? Warum höre ich nicht auf mein Bauchgefühl? Warum bin ich mir nichts wert? Oder warum lasse ich das mit mir? Johannes, wie hast du das erlebt? Also wie geht es dir damit? Oder weil jetzt die Kathrin gesagt hat, manchmal triggert es dich noch. Wie schafft man das dann? Den Manazismus zum Beispiel habe ich erst jetzt in einer Beziehung kennengelernt. Also was es macht, was es auslöst. Und erst retrospektiv auf die alte Beziehung umsetzen können. Also sprich, was waren da eigentlich die Punkte, die mich betroffen haben? Und warum ist es mir eigentlich schlecht gegangen? Und eben dieses Thema Schuld, also immer diese Schuld auf sich nehmen, hat auch damit zu tun, also als Mann muss man providen. Also sprich, das Geld heimbringen, schauen, dass es mit den Kindern, die Beziehung zu den Kindern passt. Und dass die Beziehung passt. Und wenn es dann nicht funktioniert, muss man halt alles hinnehmen, dass man einfach für vieles die Schuld kriegt. Und ja, das war dann eben in der neuen Beziehung. Also wenn man sich quasi flüchtet aus dem, in der neuen Beziehung ist halt jedes Mal, wenn ein Streit war oder ein Streitthema, sofort sieht man sich selber. Also in der Rolle. Also was habe ich jetzt falsch gemacht? Also was ist da falsch? Und ja, sie war eben nicht auf diesen Dampfer. Sie hat halt immer gesagt, eigentlich ist alles okay. Wir müssen es ja nur ausreden. Ja, aber das war dann, also triggermäßig. Es hat Langzeitfolgen abgedacht. Genau, das hat Langzeitfolgen. Also Langzeitfolgen, Mario, hast du das auch? Du bist im Moment Single? Ja. Gab es nach dieser Beziehung eine gesunde Beziehung? Total. Es war ja interessant, ich habe ja sehr, sehr viel an meiner Selbstreflexion und an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet. Ganz klar. Aber trotzdem habe ich es nicht geschafft, das war im Jahr 2018, mich zu trennen und ihr das zu sagen. Ich habe es dann getan, als sie, und da hatte ich sogar Fieber, habe ich das gemacht, als sie mit dem Hund Gassi gegangen ist. Dann habe ich meine zwei Koffer gepackt, in ihrer Abwesenheit und bin weggegangen. Und wir hatten nie wieder Kontakt. Und weil du sagst, wie geht es dir heute? Hast du danach eine Beziehung gehabt? Habe ich gehabt. Wir haben uns freundschaftlich sogar getrennt. Also alles ist möglich. Darum kann ich nur an alle Zuseher und Zuseherinnen den Appell setzen, viel früher das zu erkennen. Schon den Weg anzutreten, dir Hilfe von wirklichen Freunden oder Freundinnen zu sehen. So wie du sagst, auf das Bauchgefühl. Naja, und das, was Michaela gesagt hat, wenn man Angst hat, was zu sagen, wenn es unangenehm ist, das ist schon mal ein erstes Zeichen. Aber den Appell würde ich jetzt, wenn wir schon beim Appellieren sind, auch erweitern. Das eine ist, also zu sagen, es früher zu erkennen, wenn das so einfach wäre, halt das früher zu erkennen, dann würde man das eh tun. Aber auch an Außenstehende einfach, das ist das, was du gesagt hast, einmal zu sagen, bitte schau einmal hin, ich habe das Gefühl, da passt was nicht. Und da geht es nicht darum, als Freundin immer zu sagen, tu das nicht und tu das nicht. Also das ist klar, das ist eine schwierige Situation. Da muss man auch damit rechnen, dass wenn man das als Freundin oder als Vertrauter anspricht, dass die Reaktion nicht immer positiv sein wird, sondern genau das zur Folge haben kann, will ich nicht, lass mich in Ruhe. Aber was wir auf alle Fälle aus unserer Erfahrung in den Frauenhäusern wissen, ist, dass jede Person, also die sozusagen von außen angesprochen wird, macht den ersten Schritt, weil du es nicht mehr von dir selber verstecken kannst. Du kannst das versuchen und du wirst dich zurückziehen, aber das arbeitet und das wirkt. Und es ist total wichtig, dass Leute von außen solche Wahrnehmungen auch ansprechen und sagen, das ist ungesund, da passt was nicht, hol dir Hilfe. Und es muss nicht immer die Psychotherapie sein, es gibt Beratungsangebote, es gibt Gewaltschutzzentren, es gibt Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Es gibt auch für Männer übrigens was. Wir reden jetzt immer davon, was die Frauen, die Betroffenen, die Opfer davon tun können. Man kann auch einem Partner sagen, bitte hol dir Hilfe. Es gibt Männerberatungsstellen in ganz Österreich, die solche Angebote haben. Aber einfach diese Selbstverständlichkeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen, gerade in Trennungssituationen, gerade für uns im Gewaltschutzbereich, Trennungssituationen sind so gefährlich, absolut risikoreich. Und weißt du, sind mehr Frauen betroffen oder Männer von quasi toxischen Beziehungen? Von toxischen Beziehungen? Also das Opfer sozusagen. Das Schwierige ist, dass der Großteil dieser Zahlen sich im Dunkelfeld bewegt. Also wir wissen es von Gewaltbeziehungen, also von offenen Gewaltbeziehungen, dass mehr Frauen davon betroffen sind. Wir wissen aber auch, dass Männer sich noch viel schwerer Hilfe holen als Frauen, braucht man auch gar nicht reden. Die haben noch viel mehr das Gefühl, schaffe ich alleine, muss ich alleine schaffen, brauche ich nicht. Im psychischen Bereich, also in der psychischen Gewalt, ist das Dunkelfeld ein sehr hohes. Und da wissen wir aber schon auch, dass die Zahlen dort sich annähern. Also es ist immer die Frage, im psychischen Bereich sind Frauen sicher auch, also gibt es sicher auch gewalttätige Frauen und von Gewalt betroffene Männer, die sagen es halt leider weniger offen und wollen sich noch weniger hin sein. Das ist auch mein Punkt, das ist mir jetzt gekommen. Also ich habe ja aufgrund meiner Geschichte auch eine Ausbildung gemacht und dann im Frauenhaus in Kärnten Praxis gemacht. Und wenn du mit Leuten sprichst, dann kommt einfach immer, geht es mir wirklich so schlecht? Also wenn du dann die Geschichte erzählst und die selber beutelst schon und schüttelst schon, weil du denkst, wow, was haltest du alles aus? Was schaffst du alles? Dann kommt von diesen Personen immer noch, ja, aber geht es mir wirklich so schlecht, dass ich in ein Frauenhaus muss? Aber das ist ja auch, das ist super, dass du heute da bist. Liebe Monika Wurgrolli, wer ist anfällig für diese toxischen Beziehungen? Also die Birgit hat gemeint, oft sind es starke Persönlichkeiten. Da kann man ganz besonders viel Energie wie ein Vampir wegsaugen. Ja, also es sind sicher auch starke Persönlichkeiten, aber es sind auch sehr soziale Persönlichkeiten. Also Menschen, die sagen, ich schaffe das, ich werde den umkrempen, ich liebe den so sehr, ich halte das aus, ich schaffe das, ich weiß, er meint es nicht so. Ich weiß, er ist vielleicht ein maligner Narzisst, ich schaffe das und sitze das aus, weil er ist es mir wert, er war ja am Anfang so lieb zu mir. Ja, und das kriege ich hin. Und wenn man sich so einen Druck macht, fast einen Leistungsdruck in der Liebe, dann ist man natürlich, läuft man Gefahr, da nicht so leicht wieder auszusteigen. Und wenn dann eine wohlmeinende Freundin sagt, bist völlig verrückt, was du mit dir machen lässt, dann fühlt man sich noch gestört von der Freundin und sagt, du gönnst mir mein Glück nicht, der war doch immer so lieb zu mir und jetzt hat er mir schon wieder Rosen geschenkt. Das sind diese emotionalen Wechselbilder. Gibt es auch, also unabhängig von den psychischen Problemen, die man hat, aber auch so psychosomatische, gesundheitliche Folgeschäden, also dass man irgendwie erkrankt und gar nicht weiß, dass das davon ist? Auf alle Fälle. Und das ist es eben, weshalb man malignen, also bösartigen, toxischen Narzissmus sehr, sehr ernst nehmen muss und in so einer Partnerschaft nicht verweilen darf, weil man dann erkrankt. Entweder psychisch oder physisch oder beides. Es fängt an, meistens hat man irgendeine Lieblingsregion, sage ich immer, im Körper. Bei den einen ist es der gastroenterale Trakt, man merkt, man hat so ein flaues Gefühl im Bauch, irgendwann wird wirklich eine Gastritis draus. Psychosomatik ist ja eine Wissenschaft, die längst schon erwiesen hat, dass Psyche und Soma, also Körper und die Seele, zusammenhängen und einziehen. Das ist ja nur eine künstliche Trennung. Es schlägt sich auf den Magen, man kriegt Migräne, man kriegt Kopfschmerzen, oft auch als Ausrede, um sich abzugrenzen. Und das Ganze kippt dann irgendwann und wird eine manifeste Erkrankung und irgendwann ist man dann tatsächlich krankenhausreif aufgrund dieser toxischen Beziehung. Lieber Monika Vokrolle, Professorin, Doktorin, danke für deine Zeit, für deine Expertise. Ich bedanke mich auch bei euch. Michaela Gosch, danke, dass du Zeit gefunden hast vom Verein der Frauenhäuser Steiermark. Alles Gute euch, in welcher Form auch immer ihr die Liebe weiterhin gesund lebt. Gerlinde, ich hoffe, dass du deinen Traumpartner auch findest. Ich glaube, dass du viel heute auch mitnehmen konntest für dich selber. Sollten Sie oder jemand in Ihrem Umfeld gerade versuchen, aus dem Teufelskreis einer toxischen Beziehung zu entkommen, dann scheuen Sie sich nicht davor, professionelle Hilfe anzunehmen. Denn ohne diesen Schritt zu machen, eben auch Hilfe anzunehmen, wird es ganz schwer sein, in eine neue glückliche Lebensphase zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke fürs Zuschauen. Sie wollen auch einmal bei mir zu Gast sein? Dann rufen Sie an und verraten mir Ihr Wunschthema. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020